Ludwigsburg, 3. Mai 1930. Mein Lieb, lieb Wohld Erlein, nun darf ich noch ein wenig mit dir plaudern, wenn ich auch nicht an der Reihe bin, denn ich hab zu lang keine Antwort auf meinen Brief vom Sonntag. Ach, Walter, lieber, lieber Walter, hätt ich ihn doch nie geschrieben. Wie kann man nur so töricht sein und in solch einer Gemütsstimmung einen Brief schreiben, aussprechen kann man sich denn wohl aber Briefe schreiben, Worte aufs Papier festbrennen, das darf man nicht, sollte man nicht. Ich bereue es auch in tiefster Seele. Und doch kann ich nicht sagen, nie wieder. Ich bin ja so grenzenlos allein, hab gar keinen Menschen mit dem ich mich aussprechen könnte, keinen Menschen. Ja, ich werde mich einmal damit abfinden, bestimmt, aber es ist schon dieses Umstellen, von heute auf morgen geht es nicht, es kam zu schnell, dieses vorbei. Denn vier Jahre sind doch viele Tage und viele Herzschläge und viele Atemzüge, vier Jahre eins sein, von heute auf morgen kann man nicht wieder ich werden. Acht Tage bald war ich ohne Nachricht von dir, wie eine Ewigkeit war es für mich. Ich danke dir, Walter, dass du mir telefoniert hast, dass ich deine Stimme hören durfte, dass du ein Liebeswort für mich hattest. Ich habe danach gehungert. Ich hab dich lieb, Walter, unendlich lieb, mehr als alles auf der Welt. Ich möchte dich lieb behalten über alle Zeiten hinaus. So sterben können, das müsste eigentlich das Schönste sein, denn was die Zukunft uns bringt, das wissen wir nicht. Vierter Mai mein lieber Walter, vielen, vielen Dank für deinen so lieben langen Brief. Eigentlich wollte ich die angeschnittenen Themen in meinem letzten Schreiben nicht mehr berühren, ich hab ja diesen Brief schon in Grund und Boden gewünscht und wäre glücklich gewesen, wenn er dich nie erreicht hätte. Über solche Dinge spricht man einfach nicht in Briefen, da es aber doch einmal geschehen ist und du so viele Fragen daran anknüpfst, muss ich wohl doch noch einmal darauf zurückkommen, wenn es mir auch bitter, bitter schwer fällt. Ach, Walter, glaube doch bitte nicht, dass mir das Briefeschreiben große Freude macht, dass mir das alles nur so aus der Feder läuft. Das war einmal, ich habe längst erkannt, dass ein geschriebenes Wort niemals dem gesprochenen als gleichwertig gegenüber gesagt werden kann und mit diesem Erkennen ist eigentlich auch die Freude am Schreiben verflogen. Manchmal denke ich, es wäre besser überhaupt keine Briefe mehr zu schreiben, sie geben ja doch nur gerade wieder was man sagen möchte, das Lebendige des Gesprächs von Mensch zum Menschen wird zum Totengestammel auf Totem, ewig geduldigem Papier. Ein langer Briefverkehr, ohne einmal durch eine mündliche Aussprache belebt zu werden ist sinnlos, verliert jede persönliche Note. Ist eben Brief, aber nicht imstande eine Brücke zu schlagen zwischen Schreiber und Empfänger. Ist es schon für Letzteren kaum möglich sich in die Gemütsverfassung des Schreibers hineinzudenken, wie viel mehr ist es einfach unmöglich, dass ein Dritter es tun könnte. Ich habe dir einen Ausschnitt aus einem Brief des Barons gegeben ohne zu bedenken, dass du ja diesen Menschen gar nicht kennst, ich habe dir von ihm erzählt, du hast in meinem Reisetagebuch von ihm gelesen, ja, aber das ist auch alles und reicht doch noch lange nicht dazu, um dir ein Bild von diesem Menschen zu machen. Nach den kurzen Sätzen aus langen Briefen bist du dazu geneigt ihn für einen Egoisten, einen überschwänglichen und fast unnatürlichen Menschen zu halten. Wohlt allein, sie, ich will ihn ja gar nicht verteidigen, aber wenn ich schon sowas Dummes eingebrockt habe, habe ich nun die Verpflichtung, zu klären, gut zu machen, denn das Bild, das du dir nun, durch meine Dummheit, von ihm machen musst, ist sicher falsch. Du hast ihn bis heute als feinen Menschen gesehen, Walter, durch einen kurzen Satz bist du nun anderer Ansicht geworden, das ist sicher falsch. Bei seiner Beurteilung muss man noch die völlig anderen Verhältnisse des Landes, in dem er zu arbeiten gezungen ist in Betracht ziehen, sie geben von selbst eine ganz andere Einstellung zum Leben, als wir sie hier haben. Das Leben drüben und besonders das in den Städten ist so flach, so fahl, wie auf das Äußerliche gestellt, wie man sich das hier eigentlich gar nicht vorstellen kann. Alle Deutschen, die ich drüben kennen zu lernen Gelegenheit hatte, sind, soweit sie nicht selbst in den Trubel des Tropenlebens geraten sind, harte Energie-Menschen, vielleicht bis zum rücksichtslosen Egoisten hart. Das sind die, die weiterkommen, die anderen bleiben an der Straße liegen. Mein Vater, mit dem ich einmal darüber sprach, bestätigte meine Wahrnehmungen. Ohne ein Ziel vor Augen, für das es sich wirklich zu arbeiten lohnt ist das Leben drüben einer Hölle, alle Europäer die das verlieren, gehen unter, und dass deren Zahl nicht klein ist, kann dir jeder der einigermaßen in die Verhältnisse drüben eingeweiht ist, bestätigen. Gerade weil das ganze Leben drüben so seicht ist, gehört eine ungeheure Energie dazu um sich nicht mittreiben zu lassen. Meinem Empfinden nach ist es für jeden Europäer, wenn man den Geldpunkt außer Acht lässt, immer mehr Unglück als Glück in die für uns doch ewig fremden Länder zu kommen. Der Baron hat sich nun in das neue Leben seine dumme Liebe für mich noch hinübergerettet, er klammert sich daran, aus dem Bild das er von der Rugierzeit mit sich genommen hat, ist für ihn eine Idealgestalt geworden von der er meint nie und nimmer lassen zu können. Dass ich das bin, dafür kann ich nicht. Ja, der Baron weiß, wie sehr ich dich liebe, Walter, dass ich für dich alles bin, das weiß er nicht, so eingenommen bin ich von mir selbst nicht, dass ich das zu jemand sagen könnte. Ich halte mich nicht für unersetzlich und bin es auch nicht, auch für dich nicht, Walter. Nie war ich mehr davon überzeugt, als gerade zu jener Zeit, als ich mit meinem Vater die Reise nach drüben antrat. Doch davon will ich heute nun doch lieber nicht mehr anfangen, schon lange genug quatsch ich nun von Dingen, die sich auf brieflichem Wege doch nie klären lassen. Du bist unendlich großmütig, mein Walter, hoffentlich kommt nie der Tag an dem deine Großmut und mein Trotz einander zerschlagen müssen. Du legst mir die letzte Entscheidung in die Hände, ich wusste, dass du das tun würdest, ich muss nun eben sehen, wie ich selbst damit zurechtkomme. Auf jeden Fall werde ich versuchen, dich nicht mehr damit zu quälen, letzten Endes ist es eben doch eine Sache, die ich selbst zum Ende zu führen habe. Achter Mai, mein lieber, lieber Walter, nun ist mein Brief lange liegen geblieben, es ist schwer, ihn wegzuschicken und doch glaube ich, dass es sein muss, hoffentlich hast du ein kleines, kleines Verstehen für mich. Heute Morgen kam dann lieber, lieber Brief, vielen Dank dafür, Wohlt Erlein. Auch für die Karte aus Zürich herzlichen Dank. Es ist lieb von dir, dass du auch da ein kleines Gedenken für mich hattest. Euer Mai-Ausflug an den Tittesee war ja scheinbar ein rechter Pechtag für dich, ein Glück, dass noch alles so gut abgelaufen ist. Unsere Frühlingstour nach Baden-Baden war auch wunderschön, sogar der launische Wettergott hatte es gut mit uns gemeint. Einen Misston hatte er allerdings doch auch noch gebracht. Herr Sauer wollte mit uns fahren, mein Schwager machte ihm aber dann noch am Morgen die schönste Eifersuchtsszene, sodass er es doch vorzog zu Hause zu bleiben. Es ist doch merkwürdig, was für eine Macht dieser Mensch auf andere auszuüben vermag. Heute bezieht meine Schwester nun endgültig ihr neues Heim, der Umzug brachte doch noch eine ganze Menge Arbeit. Ich war die ganze Woche jeden Tag in der Rosenstraße zum Helfen. Nun ist auch das vorbei, die Wohnung ist sehr nett, heimlich und gemütlich. Wenn ich daran denke, dass ich die beiden Kinderlein nun nicht mehr jeden Tag um mich haben kann, möchte ich es fast bedauern, dass sie schon weggehen, so weit ist ja in die Rosenstraße auch nicht und doch ist es etwas anderes. Ich lege dir auch ein paar Bildchen bei, besonders gut sind sie ja nicht, aber vielleicht machen sie dir doch ein wenig Freude. Ich möchte den Brief noch in den Kasten stecken und muss deshalb nun schließen. Mach dir bitte keine dummen Gedanken nicht um jene Sache, lass die Angelegenheit für dich erledigt sein, ich werde schon allein damit fertig, du hast recht, Walter, ich muss allein wissen was ich zu tun habe, verzeih, dass ich das einmal vergaß. Mit vielen, vielen herzlichen Grüßen bin ich deine Hilde.